Oh, wir haben Zuschauer. Ihr Glück. Schluss jetzt. Ihr wisst natürlich, dass man sowas nicht macht. Man kann alles in Ruhe ausdiskutieren. Das, Frau Stechmann, würde allerdings voraussetzen, dass Sie mir wenigstens einmal zuhören. Aber nicht, solange Sie sich das machen. Wer hier in der Schule zukünftig das sagen hat, das werden wir ja sehen. Und zwar im Kino. Und als kleinen Vorgeschmack gibt es jetzt den Kino-Trailer. Untertitelung des ZDF, 2020